Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part und wahrscheinlich letzten Part von Let's Play Super Mario 64. Ich bin der Train92, ja. Ich hab mich im Internet schlau gemacht. Ich weiß, welcher Stern uns fehlt. Wir dürfen nochmal komplett in den Keller, bevor wir zum Boss gehen. Das tun wir jetzt auch. Ihr dürft das natürlich alles mit mir miterleben und natürlich kriegen wir Schaden. Wer hätte es gedacht? So. Ihr erinnert euch doch noch an unseren gelben Freund, den wir mal vor etlichen Episoden gefangen haben. Den müssen wir nochmal fangen. Der taucht im Basement nämlich noch ein zweites Mal auf, wenn wir 50 Sterne gesammelt haben. Dann, let's go. Fangen wir den nochmal. Den Lappen. Da ist er. Spass. Komm schon, ich will's nicht so lange in die Länge treiben, du Lappen. So, easy. Nein, nein, nein. Nicht du schon wieder. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit, über Sterne zu quatschen. Hier, nimm ihn und lass mich runter. Ich habe noch wichtige Geschäfte zu erledigen. Da ist er. Der letzte geheime Power-Stern. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Boss. Dann wollen wir mal. Das Let's Play wird enden. Schade drum. Ging echt schnell. Mal gucken, wann das nächste 3D-Mario-Abenteuer kommt. Und wie gesagt, die 2D-Marios mache ich erst, wenn überhaupt nach allen 3D-Marios, mache ich ein 2D-Mario und dann nie wieder eins. So, gehen wir hoch. So, wir sind fast da. Jetzt sind wir schon mal oben. Also im Erdgeschoss. Wir müssen aber ganz nach oben. Da wartet Bowser ja auf uns. Danke. Die Kamera ist ja richtig ätzend. Danke. So, auf geht's. Bowser, wir kommen. Wir werden Peach aus deinen Fängen befreien. So, das war's. Diese Treppe ist eigentlich unendlich, wenn man keine 70 Sterne hat. Gibt aber trotzdem einen Trick, wie man die unendliche Treppe überwinden kann. Da müsst ihr diesen Sprung machen. Ich zeig euch das mal. Ja. Nee, so natürlich nicht. Das ist natürlich Quatsch. Danke, Mario. So, und dann... Und dann macht ihr das halt. So, und dann kommt ihr easy auch durch die unendliche Treppe ohne 70 Stars. Aber wir gehen jetzt rein. Die letzte Welt. Let's go. Hier haben wir noch einmal acht Rote Münzen zu holen. Die werden wir uns auch schnappen. Definitiv. So, das ist Münze Nummer eins. So, dann laufen wir mal hoch. Hier ist auf jeden Fall schon mal keine. Da hinten ist die nächste. Da unten ist eine. Nein! Oh! Ja, das ist das Schöne, wenn man keinen 3D-Modus hat wie im 3DS. Mit tiefen Schärfe ist nichts. So, dann nochmal. Nächster Versuch. So, das sollten wir aber easy schaffen. Die Welt ist jetzt nur nicht schwer, unbedingt. Wir werden Peach auf jeden Fall aus Bowser's Fängen befreien. Sehr gut gemacht, Mario. Du willst unbedingt sterben, oder? So, easy bis jetzt. Ich sollte aber den Mund nicht zu voll nehmen, sonst mache ich denselben Fehler wie eben gerade hier. So, das war easy. Gucken wir uns hier nochmal um, ob hier noch eine rote Münze versteckt ist. Ich glaube aber nicht. Nee, dann weg hier. So, sehr schön. Aufgepasst. Hier ist noch ein Leben, unser verlorenes Leben von eben gerade. So, let's go. Und vorsichtig. Du Spasti, Alter. Du darfst gerne drauf gehen. So, den haben wir wegrasiert. Aber richtig hart. So, das hätten wir bis hier auch. Oh Gott. Ernsthaft? Ja, nee, das wurd nix. Ja, nice. So wird das doch nie was. Sehr gut. Bis jetzt läuft das alles. Wir kommen gut voran. So, easy. Ey, komm, lauf da doch hoch. So, hier ist glaube ich noch eine rote Münze, die wir auf jeden Fall haben wollen. So, easy. 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 So, das hätten wir schon mal. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh. Das wird jetzt ätzend. Die rote Münze zu bekommen wird richtig widerlich. Genau deswegen. Aber wir landen gut. Und kein Risiko, kein Risiko, kein Risiko eingehen. Wir wollen es immerhin schaffen. Und wenn wir es schaffen, ist das ja schon mal etwas. So, so haben wir mal abgekürzt. Speedrunner-Taktik. Sehr schön. Hier ist noch eine rote Münze. Ja. Sehr schön. Hier ist noch eine rote Münze. Oh, ich muss mich hier hart konzentrieren. Das Level ist zwar nicht so schwer, aber auch nur, wenn ich mich konzentriere. So, das ist Nummer 7. Mario, nein, das sollst du halt nicht tun. Genau das sollst du nämlich machen. So, das hätten wir. So, das hätten wir auch. Alles klar. Jetzt nur keinen Fehler machen. Da ist er. Wir haben dann alle Sterne gesammelt, abgesehen von den 100 Münzensternen. So, 105. Und auf geht's in den Endkampf. Mario, wie schön, dich zu sehen. Ich dachte gerade an eine Grillparty. Schon bist du da. Jetzt brauche ich mir wenigstens keine Gedanken zu machen, was ich grille. Nämlich dich. Dann gehört die Prinzessin endgültig mir und ich bin auf ewig der Herrscher des Schlosses. Das werden wir sehen. Bausi, bausi. Du Spaß. Natürlich drehst du dich super schnell. So, hab ich dich. Das war schlecht. Das war schlecht. Ja, bausi ist kacke, du kannst nix machen. Oh, trifft das? Nein, natürlich nicht. Ich werfe ihn voll darüber. Er hat umgelaufen. Autsch. Hoffentlich treffe ich ihn jetzt. Oh Mann, Alter. Das kann's doch nicht sein. Ja, ja. Kannst ja gerne versuchen. So, nur gerade auswerfen. Komm. So viel Pech wie ich kann man noch gar nicht haben. Meine Fresse. Das kann man nicht angehen, Alter. Ich hab zwar jetzt nun überhaupt keine Probleme, den Boss zu besiegen, aber das ist einfach nur Pech. Ja, das kann sich ein bisschen ziehen, Leute. Aber, wie gesagt, schwer ist er jetzt nicht unbedingt. Danke. Das war richtig geil, Mario. Du hast den Schweif zwar berührt, aber du hast ihn nicht gegriffen. So, komm, Dreh. Das dürft ihr jetzt treffen, oder? Ja, easy. Das war's. Und wir haben gesiegt. Das war der Endfight. Ah, du hast gewonnen. Ich wollte mit meinen Truppen dieses Schloss erobern, doch du hast meine Pläne vereitelt. Der Frieden kehrt zurück in die Welten. Der Wandgemälde. Leider. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als mein Ende abzuwarten. So, Leute. Und bevor ich den Stern jetzt einsammle. Super Mario 64. Schönes Spiel. Wir kommen zu meinem Fazit, weil ich entlasse euch dann mit dem schönen Soundtrack und sowas in die Credits. Aber jetzt mein Fazit. Super Mario 64. Schönes Spiel. Hat mich durch meine Kindheit begleitet. Ein bisschen buggy, mal unsichtbare Wände hier. Steuerung ist ein bisschen komisch. Mensch, die Kamera ist absolut ätzend. Die Kamera macht dieses Spiel halt so schwer, aber es ist immer noch ein gutes Spiel. Und ich wünsche mir ja tatsächlich ein Super Mario 64 2 mit besserer Steuerung oder mal ein richtiges Remake. Das wäre richtig geil. Nicht den DS-Kram, den sie da mal gebracht haben. Sprungphysik ist in Ordnung. Kennen wir ja alle aus Mario-Spielen. Mario Odyssey und sowas machen das noch besser. Genauso wie Galaxy. Ist klar, sind neuere Spiele. Aber mehr gibt es zu dem Spiel für mich gar nicht zu sagen. Schöne Mechaniken hat man schön neu eingeführt. Die Welten sind schön gestaltet. Der OST ist super geil. Finde ich persönlich. Gerade Dyer Dyer Dogs ist ein wunderschöner Soundtrack. Aber ich entlasse euch hiermit in die Credits. Ich sage dann, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim letzten Part. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Tschüss! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.